ja willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's place platto jetzt in folge sind wir ein bisschen erfolgreicher mit dem roller richtigen gerannt und ja überall noch für den herrn die warte schöne texte und so das ist ein bisschen verstörend war keine ahnung sind auch überall so weil sie nicht gerne wenden sogar nicht schön was ich weiß nicht schön dass er jetzt gestorben ist aber trotzdem die fans hier sich hier schön darum kümmern wenn ich irgendwie so zeichnen könnte ich vielleicht irgendwie so was zeichnen aber es wäre dem ganzen nicht gleich so genug trauersachen erst mal wieder fröhlich so zum teufel ist das wieder aus aber nur den ganz wenn ich euch gesagt gut den roller kann man wahrscheinlich vergessen weil er zu fällig ist den roller muss sagen läuft auch mit dem da ist der andere irgendwie schlechter eine kann ja noch besser sein in sachen spezialfähigkeit ich habe auch ein paar sachen noch neu ausgerüstet poliz zum beispiel den hat sich noch irgendwie kommen uns jetzt mit ganzen billigen sachen wir schon gern geld haben dann aber auch richtig ne wo auch wer aussah da muss ich noch mal auf meine klamotten gucken nur zwei billigen sachen mehr aufleveln würde ich sagen ja immer das hier und das hier und ich habe jetzt einfach random ausgewählt sind wir denken ich habe da ist irgendwas eine tiefere bedeutung gewesen oder so ich irgendwie so ins geheimen ganzen werte verglichen habe oder so nicht einfach und wenn ich froh wenn ich alle klamotten habe also auch zum klamotten muss ich nichts mehr auflösen da kann ich mir nur auf die effekte konzentrieren und ja alle sind level 20 außer ich alle werden mich verantwortlich machen wenn ich in dem team bin das verlieren wird was ich auf jeden fall sein werde ich bin darüber hat die internetverbindung noch keiner als jetzt mal zusammengebrochen ist also die 20 zentimeter schien doch sehr sehr erfolgreich gewesen zu sagen entweder das aber ich habe glück keine ahnung ich weiß es doch nicht mal vielleicht ja da andere in die rage quitten dann für jeden spieler irgendwie die verbindung unterbauen ich weiß das ja nicht hierbei mir leuchtet da irgendwas unter den dingen das zu bedeuten was zu bedanken weil hier durch war genau deswegen sollte man das nicht machen und die gegner vor allem sind da hat man keine zeit wahrscheinlich erst hätte da auch hören ist ja schlecht weg ich bin alle meinen namen gemerkt dass der level 12 wirtschaftlich mal da will ich auch haben man ja man ist ungesiegbar man fährt bei einem man tut für die strecken zurücklegen voller port wenn man so noch mal nach wird schon wieder kacke genau blöd ne guckt man den seine sachen an und gibt es auch nicht ob wir kommen ja kann aber auch für den bonz an gebiet herum zocken alter wo ich dann beginne zu zweit auf den los das gibt es auch nicht das ist ja gerade passiert man war dann so genau man spritzt die wand an das kann ich doch dann habe ich noch auf die karte geguckt da saß du aus als wenn wir gewinnen wenn mich nach vorne ja aber klar ich bin der schlechteste mal bringen wir den um da bringen wir sie um weil ich mein charakter ab verdecken alle wahrscheinlich bin mädchen weil ich schon wieder ich dann wenn wir nicht ein bisschen mit dem level irgendwie so machen können auch was ich habe mit den aufnahmen klappt der hat jetzt auch hier also ich habe das gefühl irgendwie ein paar so weit ich bestimmt nicht verändern können oder so und die aufnahmen sind wir immer weg und keine ahnung als doof direkt da wo ich so ein paar erfolge und so verbuchen kann ich habe die strategie konzentrieren wir so schnell wie möglich nach voll zu gehen vorweg wie war einer kam von hinten einer von freundern gibt es doch nicht irgendeiner macht gleich schon wieder gleich statt geben und so nach vorne stören dass die ganze zeit bei ihnen dann wer bieten hatten zum teufel weg mit dem teil ich möchte das nicht zum glückste abgehauen nein das gibt es doch nicht dreck nein nein man leckt mich doch warum haben wir so viele gebiete hier eingepärbt wo wir die ganze zeit hier drauf geht es immer wie jemand anders nehmen wir auch noch korrekt allein direkt ich habe da ein problem mit meiner zinte nein mann bei mir springen aber nicht das hat springen dann einzusetzen also nicht so dem ich für sowas jawohl endlich mal genau jetzt stimmt aber alle sind von ihnen kaputt sehr gut und waren alle gleichzeitig erledigt auch waren ja wohl einer von uns auch weg aber wenn wir jetzt mal gewinnen das wäre so toll da war der eigenes voller hinten bei heimsmann wie haben wir schon wieder nicht gewonnen war kurzer dann wir haben voll viel rausgeholt noch am ende trotzdem hat das nicht gereicht gibt die krise ich sehe gerade dass wir sind drei leute mit dem roller das meine 500 punkte habe ich genau nein ich darf nur einmal verlieren man das ist ja meine 0,15 wieder weg ja weil ich immer so ein pech haben müssen wir in ein team kommen wo auch völker ja geile leute sind warum ich bin schon wieder der einzige mit level 12 aber ich gehe nach dem kampf aus dem raum raus war nur noch ein paar punkte sonnig ei 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 was im internet vermitteln euch zusammen gemacht man sollte los was ist jemand wir gehen nach ein bisschen weiter nach vorne bei unser oder deren weiß ich nicht mehr man das mit einem granatenwerfer oder so nein 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 ich bewache das hier kommt nicht vorbei auch nicht mehr raus also hintermann das ist ja irgendwie ein dauerhaftes problem ich war direkt ey 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 was der mich nie im leben getroffen habe ich das was gibt es einfach nicht Weck mich. Wo? Ups. er will ich mich wenn ich so irgendwie nach oben und wie diese treffe ich nie mann den tag geklärt sein ganz einfacher dafür hast du euch erledigen sowieso noch ein paar punkte man sollte man trauerspiel hier irgendwie bin ich entnodig glück kann das sein ja okay war schon wieder neue effekt nein ich bin doch nicht blöd ich bin doch nicht blöd so wieder andere sachen ja die kappi irgendwie wortelagen oder andersrum und in der lobby konnte mario machten der hier und jackie bitte lass mich im team in den unteren seien wir irgendwann finde ich schon meine waffe liegt nur eine waffe liegt nur eine waffe kann ich bitte ich bitte euch da wollen wir sie kaputt mal schon keiner alles ist nicht was auf meine käppe steht da steht tot auch glaube ich bin mir aber nicht sicher war hat die alle immer voll auf rot sind nur ich nicht aber ganz schön schlampig hier eingefärbt wo macht ihr dann sniper kampf oder so war zum erd oben was das waren ja zumeist geil hat seit ausgenutzt oder noch vier also nicht im roll modus war ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe blöd hier ich habe ich habe hat ich habe überhaupt diese antenne alter alter schießt einmal von oben herunter und direkt die ganze truppe und ballert auf dich also dass man gewinnt kann ich immer nur an mir liegen da verlieren hey die machen die ganz hier sind die so gut man die dick mal fast in meine granaten gelaufen legt mich ja da geht mir dann auch vernerven kaum komme ich da vorbei schießt mich ab leckt mich doch alle ich gehe zu euch und mache alles pink ja was das meine spur schon direkt wieder weg habe ich gesehen schon wieder verloren elektrisch doch das gibt es doch einfach nicht das sind halt immer ich brauche ja auch wieder fünf punkte wenn ich wieder ein paar sachen aufballern machen wir noch im letzten kampf war schon wieder weit auf damit sergio junio ok ja dann bei japaner weg jackie neil also da war k über kanakane oder was weiß ich war gar nicht sehen wir an strich der baller mg weiß wie ein chaos die japanisch so ein ka und wir haben alle in rolle das könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein hoffentlich können wir vorstellen alle mit dem roller ist nicht so gut er ist ein bisschen näher kommen näher dagegen bin ich gewappnet ja und ich komme natürlich mit dem kontakt der verhandel ging es hat verdammten fernkampf pistole das weiß ich ja das kann auch machen die verschwendung eigentlich ein abschüsst was wir schon wieder bei uns ja alles blau gemacht mann 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 ja ich war noch 500 punkt dann kann ich wieder lachen auch ballern scheiß auf mein team und so wir schon noch ein punkt die andere farbe zu über farben irgendwie besser und da war doch ja jetzt ein bisschen länger gewartet wird denn irgendwann kann ich dazu nehmen wir haben nicht zu dieser antenne kommen doch der kann sich was der konnte die importen hier wahrscheinlich seien es nicht auch mann wenn man nichts mit dem punkt war nach anfang sie hatten die so schlecht aus ich stehe auch nicht warum auf ihren macht am ende am ende betonung ich war noch ein paar punkte laufe irgendjemand in meinen dingen ein ich war nicht gereicht nein noch mal noch ein paar punkte lecken ich und hier haben tun wir sowieso wieder jetzt sehe ich noch mal weg von mir noch mal gewonnen ich glaube wir haben gewonnen stadt mann und ist hat war dann kennt man ja dann war das jetzt der letzte kampf für diesen part werden wir sind ja eigentlich zufällig war sind die eigentlich eigentlich ja wir sind die fest so programmiert die effekte da würde mich auch mal gerne interessieren wieso fester effektor ist einfach mal zufällig als zum beispiel jemand hier in angela ruht mit den exakt gleichen effekten oder so ich mal interessieren ich kann das ja auch level überhaupt jemand schon damit rum ich weiß nicht wo man neues kleidungsstück noch hier neues ding wenn mir nur eins gibt wer vielleicht besser dann tue ich das ja auch ballern und dir mit dem blau ok dann wenn ich den party und wir sehen uns in der nächsten folge let's place plateau ich bleibe mich an jetzt ich will zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge tschüss